einen wunderschönen guten morgen wünsche ich heute heißt es mal wieder kochen mit jörg und ich zeige auch gleich meine zutaten heute werden wir schweinskoladen machen nach rheinischer die zutaten sind hackfleisch 300 gramm für zwei stück dann habe ich hier zwiebeln fein geschnitten und paprika fein geschnitten zwei essiggurken das sind getrocknete pfifferlinge und champignons im wasser eingelegt die sind dann später für die soße dann habe ich hier zwei schweinskoladen scheiben aus der oberschale ist auf jeden fall magerer zarter und saftiger als wie jetzt rinsroulade jetzt zeige ich euch wie ich die rinsroulade mache ich fange an ich stelle bloß noch ein bisschen hier was ein so sieht man es gut ich fange jetzt mal an mit dem senf dann verstreiche ich den senf schön auf die ganze roulade das gibt geschmack und würze hier genauso jetzt habe ich sie bestrichen hier habe ich jetzt so eine mischung die mache ich immer selber das sind jetzt so zwei esslöffel zwei teelöffel salz ein teelöffel paprika ein halber teelöffel cayenne und ein teelöffel knoblauch dann nehme ich einen löffel und würze das ganz leicht erst mal von innen die zweite wird auch schön gewürzt genauso jetzt nehme ich das hackfleisch ich tue da rein die paprika zwiebeln die essigurben kommen zum schluss dann würze ich das hackfleisch natürlich auch das soll ja nicht fahrt schmecken dann nehme ich richtig zwei gehäufte teelöffel dann verknete ich das natürlich ist ganz wichtig vorher hände waschen nicht vergessen so dann nehme ich ein stück dann nehme ich ein bisschen hackfleisch so schaut es dann aus etwa so an jeder seite würde ich mal sagen so fünf sechs zentimeter freilassen weil wir wollen das ja umschlagen und dann nur noch mit einem ding verschließen also man kann zahlstocher hernehmen man kann aber auch was anderes hernehmen wie man das möchte schauen dass man so die das fast alles schön verteilt dann bleibt meistens ein bisschen was über man kann so eine art kleine frikadelle es kommt auch immer darauf an die scheiben sind manchmal verschieden wenn eine zum beispiel jetzt mal eingerissen ist mittendrin gibt es einen kleinen trick einfach eine scheibe schinken drunter legen und schon ist es abgedichtet und kann dann und schmeckt auch sehr gut muss ich sagen so jetzt schlage ich das einmal um ach nee zuerst noch die essiggurke die lege schön drauf dann schlage das hier um und schlage das dort um dann wird das einmal gerollt und schon habe ich die rindschulade und an der seite sind sie zu dann brauche ich bloß eine nadel und schließe damit die rindschulade so mache ich das mit der nächsten auch umschlagen und fertig so dann hat das auch einen gehalt jetzt nehme ich die kamera noch mal ich habe da jetzt einen topf hergerichtet mit ein bisschen öl den werde ich jetzt an machen und erhitzen in der zeit kann man dann schnell die sachen die man schmutzig gemacht hat sauber machen aus dem restlichen hackfleisch wird ein bisschen richtig fest gepresst eine kugel weil durch das pressen dann und dann die erhitzung löst sich das eiweiß und dann hat man eine schöne kugel oder man kann auch ein kleines kleine frikadelle draus machen da kann man dann so gesagt das rest dann auch verwenden dann kann ich das auch gleich schon mal einweichen dann habe ich ja noch die gewürze für meine zwei rouladen in der zeit wo das heiß werden soll wird sich schon mal oben mit der gewürzmischung weil ich brate immer die seite zuerst an wo ich das stäbler habe also das metall stäbler oder den zahnstocher dadurch dass ich das anbraten ist dann auch der bessere halt und gleich geschlossen jetzt drehe ich wieder das muss jetzt ein kleines momentchen heiß werden aber das geht recht zügig so ok akku passt noch er braucht noch ein bisschen ein kleines schluck kaffee als beilagen könnte man hier nehmen knödel und blaukraut oder kartoffeln und erbsen und möhrchen ich zeige euch ja heute jetzt nur wie man die schweinsrouladen macht das sind jetzt rheinische schweinsrouladen man kann selber entscheiden ob wenn man keine paprika mag kann man sie ohne paprika machen aber die essigurke sollte schon sein die gibt da schmackes sehr schön dann werde ich jetzt die schweinsrouladen reinlegen und von beiden seiten kräftig anbraten daneben lege ich die frikadelle jetzt habe ich da eine seite gewürzt jetzt kommt die andere seite dran jetzt richtig kräftig anbraten von beiden seiten jetzt kommt die frische jetzt kommt die frische laden, so eine Art Regal, das habe ich ein bisschen umgemodelt, abgerischt, abgeschlissen und eingewacht, das möchte ich euch gerne zeigen, weil ich keinen Platz mehr habe auf meine Altare, das ist jetzt mein neues Regal. Da habe ich jetzt oben meine Steine, unten meine ganzen Metallsteinen, meine Ketten, Kerzen, meine Schädel, mein Butter, meine Sprays von der Maxa, hinten dran mein Brennkolben und auch hier habe ich dann noch Räucherwerk, ja, das wollte ich bloß mal gezeigt haben, das ist mein neues Schränkchen jetzt. Oh, da riecht es schon richtig gut. Jetzt werde ich die mal umdrehen. Die kleine Frikadelle umdrehen, auch von der Seite schön scharf anbraten. In der Zeit riecht ich schon mal gleich das Wasser her, da habe ich mein Wasser drin. Man kann auch Bratkartoffeln damit machen und Salat dazu. In allen Variationen kann man da, ich mache sie heute mit Bandnudeln und Spargel. In der Zeit können immer noch die Champignons und die Pfifferlinge einweichen. Beim Abschütten dann würde ich beachten, dass man ein Schälchen tut, weil auch der Saft, das Wasser von den Champignons kann man dann auch für die Soße hernehmen, dann schmeckt sie noch mehr nach Pilzen. So, jetzt habe ich sie von beiden Seiten angebraten, scharf. Jetzt kieße ich das Wasser dazu, sodass sie halb bedeckt sind. Dann nehme ich, ich nehme immer gekörnte Brühe, ich mache jetzt mal kurz Werbung, weil die ohne Geschmacks, also Natriumglutamat ist, ohne Geschmacksverstärker, dann nehme ich etwa einmal, zweimal, zwei Teelöffel voll mit Brühe. Verteile das ein bisschen, die Brühe, das Fleischpflanzer dämpft dann mit oder die Frikadelle. Dann tue ich den Deckel drauf und lasse das mal so 20 Minuten köcheln, danach werde ich sie wenden und nochmal 20 Minuten köcheln und der zweite Teil folgt dann. Bis dann.